Die können auch noch weg. Na, ich hab das Ding jetzt erstmal hier als Stellplatz genutzt, die Silos sind. Mhm. Was so geil wäre denn, wenn es ein Fahrzeug gibt, wo man so asphaltieren könnte, weißt du? Das wär ja geil, dass man hier so einen Betonplatz ausmacht oder so, das wär cool. Deswegen, man könnte zu viel machen, die bringen nur Scheiße raus. Wenn ich modden könnte, ich würde so geile Maschinen bauen, ey. Verstehst du nicht, ey. Ja, warte, ab drei Jahren können wir auch so modden. Klaren wir es alle aus, pass auf. Ah. Wow. LP-Mita-Sat. Halli, hallo, wie geht's dir? Guten Tag. Lutonio, bin gleich da. Jo. Lau間. Wir warten. Ho". Next �ie, b. Jaz. Ho. P Bassi. Jorsi. bist du noch mit der traktor als mich jetzt ja ja ich bin jetzt kann das ist gut ich kaufe gerade eine kleine simmaschine ja warte ich will gerade die peter blätter hier weg machen damit das dinge weiterlaufen kann es liegt alter legt ja eben gerade weil er kauft das wahrscheinlich das kann sein ja komm mal im hof nähe da ist das noch schlimmer und ich weiß nicht wieso die kleine simmaschine ist jetzt für die kleinen flächen hier ja weil die große die große fläche mache ich jetzt mit der großen maschine hier eben oder hinten in den kleinen ecken da rein da kommen wir mit dem ding hier nicht 22 meter simmaschine ja das ist ja blöd lexiko als maul ja meine katze ach so deine katze ja wie heißt die mexiko lexiko mexiko meine frau sagt süß was ist das für eine katze eine schwarze fette katze ein kater quasi eine schwarze fette katze ein kater ja nimmt sie sagt sie ach ja was für eine rasse ich habe keine ahnung normale katze lange haare oder kurze haare ja eher kurze haare nehmen wir nehmen muss meine freunde mal fragen ob sie es auch will stets ich glaube er nicht und als tauscher werden hasen anzubieten ne 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 ich mag keine hase auch nicht auf dem teller ne 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 ich hänge fest kannst du mit dem teller oder kommen jetzt bin ich abgesteckt warte ich komm der hase ist wie ein hund okay das heißt klein führe ich oder was so ungefähr ich hänge fest ja ich komme warte ich komme warum hänge ich hier fest ich bin ein baumstumpe ich hänge auf dem ding fest hier das ist echt ein tolles spiel hä wo hängst du hier fest alter heb mich mal vorne hoch warte von hinten ob das was bringt ne da bringt nix bringt nix weil ich hänge auf dem ding fest von der schranke achso also muss ich jetzt keine schleppe hochheben ja vorne ja wollte ich kommen ja super ein rad gerade hat ein gewicht dran versuch es damit mal ok warte fällt jemand auf die seite hier oder schieb mich mal von der seite weg irgendwie rammi was weiß ich mach was ja komm fahr wir brauchen ja zum anfahren ey ok bin frei ok frag mich nicht wie aber ich bin frei da ist die hauptsache so so wie gesagt ich gehe jetzt erstmal auf was kochen und so ne ja koch du mal dass die herrin die essen bekommen mit seinem kommt ich koch gleich auch ja sprichwörtlich schicken lange echt ok mit pommels mit pommels mit pommels bei mir gibt es pommels hast du schon gesehen wenn du sägst ne ja da ist die firewood system drauf ne ja das kenn ich habe ich auch drauf ja alles klar ansonsten hinten ist noch ein stück bald was du weg machen kannst also die bäume alle egal wo auf dem map hier alle scheiß bäume weg ja bis auf die tannen die bleiben ja oder bei feld 21 wurde auch gesagt aus den grünscheiben da ja da wollen wir hinterher wenn man mit alle mann sind das war ein 1 1 dings so in ein zwei stündchen alles weg gruppen dann ansonsten hast du ja hierbei was ist da hier bei gefrierlager und anton wolle und so dahinten niedl zentrallager ne ja da ist hier vorne hinter diesem zentrallager ist so eine komische zugepflasterte ecke wieder ja dann hier bei diesen komischen gegenüber hier da wo das kalkwerk ist hier ist ja alles so voll noch gepflastert überall ringsrum um dieses sägewerk hier ringsrum alles gepflastert ist doch hermann er hat er gemacht hat glaubt der hat er besoffen der hat sich verdrückt wahrscheinlich ja den hau ich holzbretter versand wir kommen nicht die paletten auch kommen nicht die bretter so reinpacken damit den paletten noch ne ich glaube nicht wie gesagt er stellt die bretter quasi her du kannst du da quasi abholen ja ich guck mal ich finde das mal raus ja alles klar gut war bist du dann wieder da oder weißt doch gar nicht genau ob du kommst aber kannst du hier im ts bleiben oder so ja dann geh ich doch nur auf karten rein dann ja alles klar bis gleich mal so tschaui 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 user